Ein hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer Road to Commander, meine lieben Freunde. Und diesmal Team Deadmatch, komm. Hatten wir auch nicht mehr lange. Nookton, yay! Nookton kommt ja jetzt auch bei Team Deadmatch, cool. Oder kam das schon immer? Äh, ne, kam nicht immer. Nookton konnte man ja auch nur kriegen, indem man diesen... Oh, wie hieß der denn nochmal? Dieser Modus? Oder diese Kategorie? Oh, wie hieß die denn nochmal? Kein Plan. Ah, Moshpet, genau, Moshpet hieß das. Genau. Hydro? Ne. Nookton, Nookton, Nookton! Nookton würde eh genommen werden. Ich meine, drei Stimmen schon für Nookton. Eingeschossen, okay. Fünf Stimmen für Nookton, eingeschossen, meiner sechs. Von daher... Aber mit welcher Waffe spielen wir jetzt diesmal? MP7? Ne, hatten wir schon im frühen Part. Ich würde sagen, wir spielen mal wieder mit einem Friedenstifter, ne? Oder Skorpion? Ja, Friedenstifter. Friedenstifter, Friedenstifter auf jeden Fall. Ja, ja. Lieber mit einem Friedenstifter. Ja. So, Friedenstifter, los geht's. Mal gucken. Wie die hier alle so drauf sind. Ob ich ein paar gute Kills hier hinkriege oder... Ob die mich jetzt erstmal schön anal ficken. Wie so einen geilen Analretter hier. Okay, da vorne sitzt schon auf jeden Fall einer. Den hätte ich. Ah, der Nächste. Ah, schade. Da hätte ich fast schon gleich sofort hier ne Drohne gekriegt. Aber nur fast. Jetzt sitzt da schon wieder einer. Alter, die sitzen hier aber ordentlich, ey. Alter, ey. Nur am Liegen. Diese geilen Rumlieger. Ah, drei Kills. Zwei mit der Semtex. Und zwei. Naja, das ist schön. Schön. Da oben ist eh einer, kann er zählen. Ich hab dich. Scheinbar doch nicht. Hier ist außerdem jetzt wieder unser Spawn. Von daher wieder mal rüber. Naja, lag nach. Ich schneide hier raus. Lag nach, lag nach. Weit ausgeschaltet. Komm rein hier. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt schön hier alle von hinten aufmischen. Da oben ist einer. Nicht gut. Er wusste überhaupt nicht, wo ich grad bin. Auch geil. Und hier sparen natürlich die Jena auch geil. Und hier sparen natürlich die Jena auch geil. Ey. Nee, ich bin hinter dir, Kollege. Scheiße. Scheiße. Komm, Zentex einfach mal hier rüberwerfen. Muss mal sein. Mich auf die Eier mit deinem scheißen Messer hier. Oh, explodiert hier gleich. Uiuiuiui. Na los, na los. Renn, renn, renn. Ah. Scheiße. Na, kommt da noch einer? Oh, Mann. Dieser Wächter, ne? Oh, aber ich wäre eh verrückt. Da kam ja noch einer aus dem Haus raus. 25, 8. Oh. Schön. Sehr, sehr schön. So, Level 36. Ah, ja, Lobby verlassen. Spiel suchen nochmal. Team Deadmatch. Was kriegen wir für eine Map? Cargo? Ja, komm. Obwohl. Ah, Zufall. Ich finde eine andere Map. Ich meine, Cargo ist ja eigentlich... Ah, ich weiß nicht. Cargo gefällt mir nicht so sehr. Mal gucken, was wir für eine Map kriegen. Zeig an. Mirage. Ja. 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 Naja. Naja. Wär mal hin. Besser als Cargo. Finde ich jedenfalls. So, geht's denn hier auch irgendwie los hier, oder? Schaut gut aus. Ja. Jetzt geht's wieder los hier. Friedensstifter, abiert die wilde Fahrt. Mal gucken. Bringt sie dazu, uns zu fürchten. Oh ja, mach ich schon, mach ich schon. Keine Sorge, versuche ich jedenfalls. Kommen die schon von hier hochgedackelt? Hier sind gar keine Gegner. Wir hatten schon hier losgeschossen. Jawohl. Schutzschild, Heini. Hm. Wo sind die denn? Sind die meisten wirklich... Auf die andere Seite gelaufen, aber... Unter dir ist einer... Der datscht einfach weiter hin. Von wegen... Ja, ich hab eh einen Godmode an. Hat er wirklich einen Godmode an? Nein. Kein Plan. Wenn sie sich reporting, dann... Wollte mal nach hinten gucken, von wegen, wie er heißt. Und wenn er gesagt hat, ja... Ich reporte den, denn... Wer weiß. Man weiß er nie. Danke für deinen Tomahawk, du scheiß Schutzschild, Heini. Du gehst mir ja total auf die Eier, ey. Boah, ey. Diese Schutzschild, Heini, sei. Kann das sein, dass die zwei... Typisch haben mit Schutzschild? Finde ich nicht so geil. Weil Schutzschild mir ein bisschen auf die Eier geht. Muss ich ja mal so ehrlich sagen, ne? Was machst du hier, Kollege? Jumperman? Der Jumperman. Hm. Oh, zum Glück. Ah, ich gehe hier rein. Hier ist es schön, gemütlich. Und so. Hauen wir mal eine Drohne raus. Fail! Alter, leck mich am Arsch, ey. Wenn du dich so viel bewegst, habe ich auch keinen Bock mehr. Ist er denn jetzt tot? Ja. Aber da kommt noch einer. Nehmen wir mal Blitzschlag wieder. Ja, ey, ey, ey. So muss das sein, so muss das sein. Habe ich schon mal erwähnt? Schutzschild und so, scheiße und so. Ich muss nachladen. Erst mal 10 Stunden hier nachladen. Warte mal kurz. Okay, Moment. Das haben wir gleich. So, ja, 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 ja. Ich lasse mir Zeit. Ich habe... Ich lasse mir Zeit. Ich schaue eigentlich aus mit der... Achso. Wir haben keine Pistole mehr dabei. Schade. Ich werde auch mal den Tarnhelikopter hier raushauen. Was ist da eigentlich jetzt hier für ein Modus? Team Deadmatch, ne? Ja, Team Deadmatch. Geil, Team Deadmatch. Tarnhelikopter erreicht. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Das ist ein bisschen Glitschlag auch noch. Ah, zwei Kills. Ach, das ist gar nicht die Hambre. Das ist die LS-Art. Satt. Ah, was haben wir denn hier? Das ist auch viel schöner. Ich habe mal sie gemacht. Mal sie mal in der Schau. Haben wir noch so viel Waffen? Ah, M27. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich auch nicht. 30 Grün noch. Von daher wieder die hier. Weg, weg, weg. Sag mal, ist mein Helikopter schon wieder down? Oh. Gemein. Mann. Alter, diese Leute mit ihren Schutzschilden. Ja, mhm. Warum ich mich gerade jetzt um Schutzschilden aufrege? Kein Plan. Er hat ja eigentlich nur die Pistole in der Hand. Von daher. Oh, Mann. Alter. Saiki-Kun, du. Miese Sau, du. Ey, tot. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Dieses... Was war denn? Alter. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vorn. Wie sind die denn hier am Campen, ey? Sag mal. Alter. Ey. Ich hasse Schutzschild. Heinis. Ganz ehrlich. Ich komme damit nicht klar. Hier rennt wirklich jeder Zweite mit dem Schutzschild rum. Was soll denn der Scheiß? Wenn ich auf die... Ey, ey, ey. Mit deinem Scheiß Schutzschild. Und mit deiner Pistole. Ich hasse den Typen. Nein, ich hasse ihn einfach. Nee, ich muss mich verstecken. Schutzschild. Ja, na, na. Wenn du Sentex wirfst, dann kriegst du ja auch nicht mal was. Dann rennt er halt dir hinterher. Dann stülpst du an deinen eigenen Sentex. Das ist auch richtig geil. Schön. Das war doch nice. Nochmal. Nochmal ein Headdy. So muss das laufen. So muss das laufen. Sehr schön. 25-7. Schön in die Fresse. Jawohl. Den erstmal gekillt. Zack. Super. Und dann den Schutzschild-Heini auch noch. Jawohl. Schöner Ding. Schön, schön. Ja. Wirklich. So. Ab hier werde ich diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer Road to Commander. Shaka laka, Motherfucker. Bye.